Ja, wir sind heute hier, weil wir den Nadingsvertrag heute im Gegenwart des Bankers und Herr Schütt unterschrieben haben und ja, davor beim Notar waren und unser Haus gekauft haben, da eigentlich super glücklich sind, zumindest ich gerade. Ich auch, ich freue mich sehr. Ja, das ging doch jetzt alles sehr schnell, da haben wir mich sehr erfreut, ja, wir sind uns gut aufgehoben, gut beraten und ja, sind immer wieder gerne hier. Ja, vielen Dank Herr Schütt nochmal für die professionelle Beratung. Ich hatte ja doch abends immer nochmal ein paar Kopfschmerzen gehabt und nochmal immer wieder hin und her gerechnet, mir auch im Internet andere Angebote angeschaut, jedoch habe ich schnell festgestellt, dass doch Ihre Angebote sehr lukrativ waren. Ja, vielen Dank nochmal an Frau Köpke, hat uns sehr gefallen hier und wir würden Sie gerne weiterempfehlen oder empfehlen Sie auch weiter. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das war's. Ich hab mich viel über jemanden, aber ich war eine Einverlangsetzer. Ich würde mich nicht mehr. Ja, bitte. Ich bin nicht mehr. Vielen Dank.